Musik Und Leute und seitdem herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege locker auf Herfurt Basis zusammen mit Caro, Olli und Basti Hallo Moin Ich glaube, die sind spielen auch in einem HFH Ja, Hackfleischhoden, das ist der Loser-Clan Denkst du, ich hab jetzt Angst? Hackfleischhoden HFH ist Hackfleischhoden Scheiße, ich hab auch so vorhin gerade ein Tarnränder geöffnet So, so ist wieder Rainbow Hackfleischhoden ist der Clan von Losers Warum hab ich Carsten genommen? Warum? Ach, das ist krass Ich hab gar verstanden, warum hab ich Carsten genommen? HFH Alles klar Wir sind mit dem Chaos jetzt mit Carsten Attackieren? Ja Ähm Ich kenn' gar keinen Carsten Genau Ich kenne einen Ich kenn' keinen Carsten Bin ich fisch Äh, das war der Busfahrt, der mit uns nach Italien gefahren ist Ah, cool Basti, doch, du kennst einen Carsten Wen sich? Das ist der Busfahrer Herr Gutsch Der ist Carsten Der ist Carsten Der ist Carsten Der ist Carsten Oh Äh, ich glaub' hier bringt gar nix Carsten Geil Ich glaub' ich mach' dir einfach Hm Äh, joa Nein, mich nicht ich Carsten nutzt hier und gar nix Nein Tschau, Basti Tschüss Basti Basti, Basti Basti, Basti Äh, soll ich hier meine Castlewand hin tun, Flo? Hm Noch nicht Nein Äh, pack mal Äh, komm mal mit, komm mal hier, komm mal mit, komm mal mit Warte Pack mal hier eine hin Nein Mach erst mal da eine hin Taro, da Standort des Bio-Gefahrgutbehälters Ja Da Hier, ne Warte Da, mach hin Da ist noch eine hin Dann hier Äh, warte Dann da Dann kommt da eine hin Hey, wo bist du? Hier Ha, hinter dir Da Da Wenn ich dann tot bin, schreie ich Okay Tschüss mal zum Team-Mater mal Ja, hab ich Okay Dann Warte Ich seh nichts Ich seh nichts Okay, das reicht Okay, war Ich fährte schon gedetzt Aua, 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 aua Aua, 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 aua Oh was Noch noch gar Aaaa, ich bin gleich tot Aaaa Okay, ich hab's geschafft Aua, Alter Aua, 28 Leben Hat jemand eine Heilspritze? Ne Scheiße Kein Bock Wir waren direkt hier Äh, das eine Teil ist offen Ja, seh ich Ich kann's dann auch nicht durchschießen, aber Ich kann durchschießen, okay Aua, 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 aua Basti, jetzt hängt sich wieder alles an ihm Lappen ab Ähm, an dir ab, meine ich Ja gut Zwei Gegner auf Schöne auf mich Kommt noch zu fehlt Ja, das hast du auch Das kommt noch hinzu Das hast du gut gemacht, Carsten Ja Ähm Trotzdem die meisten Punkte irgendwie Hm, gleich Der hackst, ne? Ja, klar, Basti Basti hackt halt immer Das errat mich halt auch Ah, ich nehm mal Tedch halt Also da ich glaub das Basti hackt, mach ich mal diesen Okay Caro, drück mal 5, das ist die Taste links von F6 Alles klar Ich hab F6 gedrückt Ich hab noch nie mit dir geredet Doch, jetzt Gerade eben Ich glaub die sind, äh Oben 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 Ja, oben Sieht so an Ich geh trotzdem runter, guck da mal Bin jetzt ganz oben Ah ja, die sind ganz oben Ein Mute ist da Ganz oben Mute Ich, ich, wieso guck ich eigentlich trotzdem unten? So Ich weiß immer irgendwie instant wo die sind Facebook Hm Ja, K.O. hat halt Text Einsatz in 5 Sekunden Ah, unwiedern die Schwesten Position im Jure Fahrgutbehälters unbekannt Erlaubnis zum Angriff Mal gucken, ob hier irgendjemand bitcht Hm, bestimmt Weißt sowieso wieder, wo ich reingehe Oh, Leute, ob das jetzt so viel Leben gekostet hat Ich hab nur noch 72 Ich hab nur noch 72 Ist auch noch gesprungen? Ja, von der kleinen Erhöhung da Wow Die ist nicht wesentlich höher als die Und jetzt hab ich nur noch 72 Jahre alt, ey Schlau von dir Ähm, ernsthaft? Was? Willst du mich tönen, du hast so? So, ich... Willst du mich tönen, lass sie Okay, die Tür geht nicht Hier ist bestimmt wieder irgendjemand Oh, Leute Das war natürlich gut, was ist hier von dir? Innen sind in der Schattel Wo wart ihr? Äh, ups Falscher Da ist auch drauf noch Ja, da ist er Oh, da ist auch jemand Da oben Nein, ich geh da nicht Vorsicht Bloch, rechts ist einer Kein Gen Warte So fett würde ich sagen, was man so Scheiße Warum sterben jetzt hier alle? Warum? Kaho Ich lebe noch Aber du nur noch Wurde entdeckt AAAAAAAA Wieso? Wieso erschrecke ich mich so hart, alter Junge Mal hier rein Äh, cool Mein Ah Warte Geschlossen Maybe Ja Nein Kaho, viel Spaß Tschüss Dankeschön Nein, das hab ich nicht Immerhin Lad erst mal nach Ihr habt ja schonmal Ja, das heißt schonmal Reloaded Ihr habt ja schonmal Viele Kills Null Du hast mal einen Kill, wau Ja, immerhin mehr Punkte als du hast Jetzt mach ich's mal Fühlt dich jetzt stolz Ich fühl mich nicht nur so Na gut Kann dich verstehen Weiß irgendjemand Abstärf recht Du siehst ihn drei Minuten und schießt nicht, was ist mit dir verkehrt Äh, ich habe 10 FPS, ich sehe KEIN Oh, okay Oh Ich kenn das Gefühl Da wirst du folgen mit dem Ping Mich kotzt es ja schon an, wenn ich mal unter 90 FPS habe Nur, ihr seht halt die Videos nur mit ähm, drei, äh ne mit 40 bis 50 sogar Weil sonst werden die Oh, ich nehm schon wieder Karte, will nicht Karte Weil sonst werden die Folgen bei mir zu groß Lister Und scheiß Internet ist ja sowieso da Weil ich bin immer noch in der Mitte Nein, scheiß ich Ja, ich wollte noch Mirror nehmen Ne, egal Oh, RIP Fast Valkyrie Ich bin netzer von uns Valkyrie, nicht Valkyrie Wollen wir schon wieder auf mich warten? Mal wieder Ja, das ist ja nichts Neues Kein Problem, Karo Aber du hast voll das gut hinten drin, Alter, du hast voll genug Karo, setz deine Dinger, SETZ DEINE DINGER Oder ich Jaaaa, ich mach doch Ganz sicher Äh, okay Ich mag die Den Raum nicht Der ist gut Der ist scheiße Der ist scheiße Ach, das ist DER Raum Ja, der ist halt mega gut Ist im Raum alle Wände zu? Ich glaub eher nicht Äh, tut das doch nicht? Arsch nach Warum ist hier ein Fenster offen? Weiß ich nicht Sicher Vom Feind kontrollierte Zone gedreht Sofort verlassen So ist es Placiert Und ein Ich hab' die Spawn jetzt auch da Hoffnung stirbt zuletzt Ja, okay, der ist schon einer Der ist Warte Der Stacheldraht ist bereit Geht das nicht, Alter Warte, C E Nee Wer hat da jetzt das Schild hingestellt? Äh, wollte echt nicht Ich Aber das war schon Werde ich wusste Direkt vor der Tür ist Äh, ganz ehrlich Wie kann man Oh Äh, ein Schild Direkt ist das Schild davor Ah Ah Yeah, ich hab'n Hatter Ich hab'n Kill Ich hab'n Kill Ja, freu' ich mich leise Ja, freu' ich mich leise Okay Das war's aber Aber ich hab'n Kill Ein bisschen zu duffelig So scheiße sitzen meine Welke Ich hab's gar nicht Hässlich Okay, Schulz Äh, Volt Action Direkt Ja, weiß ich Der Typ hat'n Scheiß Schulz Ich hab' jetzt den einzigen Kill gemacht Okay Das ist doch Eigentlich ja nicht Eigentlich hab' ich ja auch schon einen Kill Aber Basti, da waren welche Ich hab' jetzt den einzigen Kill gemacht Okay Nein Da bin ich Glück Nein, hast du nicht Ja, in der Runde jetzt Alter Wie ein mieser Typ ist So, dann war's das auch schon mit der heutigen Folge Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben Da schaut auf jeden Fall auch bei dem Olli und dem Basti vorbei Bei der, naja, eventuell noch bei der Karo, wenn ihr wollt Ähm, wenn ihr noch auf meinem Kanal seid, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert doch die Glocke Und damit verabschiede ich mich rein Und dann bis zum nächsten Mal Ciao Ja IchNorgen Ja Ich bin schrecklich zu einem neuen Film